Hallo liebe Zuschauer, hier ist Luba von Kalinkas Küchen und ich möchte gerne euch schöne Ostergrüße schicken. Eine wunderschöne Oster euch wünschen mit eurer Familie, mit Kindern, mit Enkelkindern. Schöne bunte Eier suchen und einfach diese paar Tage genießen. Danach natürlich haben die Kinder auch Ferien, noch ein paar Tage Ferien genießen. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen blauen Himmel, einen friedlichen Himmel wünsche ich uns allen. Und natürlich Gesundheit. Ich wünsche euch liebe Freunde alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nach dem Oster. Tschüss. Tschüss. 안